Uuuuh, Yamaoko. Hm. Saat, ich hab dich. Ja, okay, du enden. Ich hab mich zwei. Genau. Nur du rätst mal wieder nicht da. Ich bin nie da, hat Spaß hier. Dafür hatte ich gerade, glaube ich, Herzstatt, oder? Ich war vier, Glocken. Und zum Thema Mitspielen mit euren Gegnern könnte ich im Traum nicht enthalten. Ach. Ach, wir haben hier Fallensteller. An sowas lernt man, also von daher. Fallensteller. Gehört. Scheiße. Scheiße. Gehört. Ich bin mal direkt am Haken. Ach doch. Das macht dann zwei, drei Mal und dann bist du auf unserem Niveau. Oh, doch, 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 doch. Da! Ach, da hinten bist du. Ich will halt den Rücken haben. Ich will nie. Eingang. Ich muss sagen, direkt runter dir. Naja, so fast. Zwischen zwei. Der rennt aber noch mal mehr rum. Der geistert auch um dich rum. Deswegen, wir sehen. Können wir Fallen stellen und um mich herum geistern? Bringt nichts ein. Ja, er geht zu euch rüber. Ja, er geht zu dem, die gerade aufgemacht haben. Der Renam kommt zu dir. Ja, und da ist auch direkt der Fallensteller. Jetzt kommt er zu dir. Vorsicht. Achtung, da ist die Falle. Da ist die. Genau, super. Toll, mach. Aha, der hat hinten am Haus. Hat er jetzt eine Falle gestellt? Okay. Der kommt, der kommt, der kommt. Oh, da kommen Leute vorbei. Bye. Tag. Pass auf, wenn du das eine Haus hier drüben rechts gehst. Rechts von dir oder von? Nein, wenn du jetzt gerade ausguckst. Hm? Da ist gerade ein Mini-Haus. Da hat er irgendwo eine Falle hingestellt. Ich weiß noch nicht genau wo. Das sieht mir weiter. Das sah sehr nach Gras aus. Wenn du direkt durch den Bungalow rennst. Mach doch sowas nicht. Nein. Ich halte jetzt den Mund. Da hinten ist er. Der stellt da hinten auch eine Falle hin. Brennt hier doch irgendwo rum. Ich bin ein Bambus-Stock im Sonnenschein. Wieso, wo bist du? Direkt neben dem Kinder. Ach, da, wo ich auch war? Mhm. Der wird da eine Falle hin platziert haben. Warte. Komm nochmal her. Er hat mich gesehen. Ja, hat er. Alles klar, Blacky. Wähle gute Ziele in der SvTor. Gute Ziele, bitte. Toll. Ich bleib mal da, wo ich bin, okay? Ja, ich auch. Der Random ist, ähm... Jetzt mach doch nicht sowas. Geh weg. Ja, geh weg. Er geht... Richtung Random. Da hat er, ich bleib mal versteckt, weil er wird dann gleich wiederkommen. Ja. Spätestens jetzt. Hier irgendwo will ich... Na, ist okay. Dann, äh... Kannst du dich selber heilen? Um was geht's? Ja. Ach, guck mal, eine Falle. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ich schätze hin. Hallo. Das sind eigentlich nur noch im Haus und da hinten. Wo ist da hinten? Nee, da wo... Schau mal hier. Wirdst du mich tissen, oder was? Nee, da hinten ist tatsächlich keiner mehr. Generator, Generator, wo bist du? Kommst du zu mir in die Ecke? Okay? Ach, verdammt, zu früh. Er hat mich gefunden und ich laufe immer in die andere Richtung. Weit weg von euch, hoffe ich. Komm, guck. Ich war hoch. Da war wieder eine Falle. Aber er kommt nicht in der her. Nee. Dann entschärfen wir doch bei uns. Ich falle da. Da liegt das solch auch... Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Jetzt muss es doch noch Generatoren geben. Jetzt geht er zu der Falle hin und... Ich seh schon, es ist gerade Falle in der Entschärfungszeit. Ich seh schon, Ich hab Aufgang gleich auf. Und Aufgang auf. Na toll, der kommt direkt her. Mhm, da ist er. Ja, schon. Guckt und geht. Ah, okay, das gibt also keine Punkte extra. Naja, es gibt zumindest Punkte für ihn extra. Ah, er nickt. Wir sollen entkommen. Okay. Und WB-Blackie. Richtig, WB. Ja, Paper hat die Luge gefunden. Jetzt geh halt rein. Oder auch nicht. Bain AFK-Modus erreicht. So können wir das denn. Was, warte? Ja, oder sie denn? Ich weiß es nicht. Zack, tot. Äh. Geh doch durch die Lupe, die gibt's extra Punkte. Ich glaub, da muss es jemand noch richtig spannend machen. Alter, was wird das für ne krasse Musik. Ich hätt' gelacht, wär er in der Luft auch so stuck worden. Ich musste woanders einen Clip machen. Ich musste woanders einen Clip machen. Bis zum nächsten Mal.